Ein Zwerg und die Greisin In einer kleinen Hütte am Waldrand wohnte eine alte Frau, die sehr arm war. Ihre Kraft reichte nicht einmal mehr dafür, ihr kleines Feld zu bewirtschaften. Also ging sie in die Stadt zum Betteln, um zu überleben. Eines Tages war alles für sie zu viel geworden. Sie saß vor dem Haus und weinte bitterlich. Plötzlich tauchte ein grau gekleideter Zwerg mit blauer Mütze vor ihr auf und sagte, »Warum weinst du, Grossmütterchen?« Die Frau erzählte ihm von ihrer Not. Der Zwerg hörte ihr zu und sagte schließlich, »Ich will dir helfen, aber du musst bescheiden sein.« Und er zeigte ihr einen kleinen Felsen im Wald, ein paar Schritte von ihrer Hütte entfernt. »In dieser Hülle findest du jedes Mal, wenn du hungrig bist, frischgebackenes Brot. Aber du darfst immer nur einen Brot Leib nehmen und niemanden davon erzählen.« Die glückliche Frau versprach dem Zwerg alles, was er verlangte. Dank ihm war sie lange Zeit satt. Nach einer Weile dachte sie jedoch, dass sie ein wenig ihren Wohlstand verbessern und vielleicht einen Leib verkaufen könnte und dann nahm sie zwei Stücke aus der Höhle. Dem Zwerg wird es ja nicht wehtun, dachte sie. Sie verkaufte das Brot und behielt das Geld. Aber als sie das nächste Mal zur Hülle ging, wartete das Männlein auf sie. »Warum hast du nicht das befolgt, was wir vereinbart haben?« blaffte er sie an. »Weil du nicht bescheiden warst und dein Versprechen gebrochen hast, bekommst du kein Brot mehr.« Die Frau war erschrocken und versuchte, den Zwerg zu überreden, aber vergeblich. Der Zwerg war weg, auch die Hülle war verschwunden und die Frau musste wieder um ihr tägliches Brot betteln. »Mr. Jörg war schluss.« »Dr. Jörg war schluss.« Untertitelung des ZDF, 2020